Das neueste iPhone kostet um die 1200 Euro. Wir wollen herausfinden, was man alles erleben kann, wenn man die Sachen nicht neu kauft, sondern gebraucht. Gebrauchte iPhones sind locker 300 Euro billiger und wir versuchen mit den 300 Euro so viele coole Sachen zu erleben wie möglich. Deshalb haben wir nach den billigsten Flügen gesucht und sind für 20 Euro nach Mallorca geflogen. Dort haben wir uns in Airbnb mit Poo rausgelassen und unser Leben genossen. So Leute, als nächstes machen wir eine kleine Scudertour der Frauen. Die geilsten Sachen sind einfach unbezahlbar und von denen muss man auch gar nichts ausgeben. Zum Beispiel zu einer richtig coolen Aussichtswandern. Das ist nichts besonderes, schwäbische Alpstar, soll ich sagen. So Leute, als nächstes sind wir hier auf einem Boot. Wir haben einen guten Deal rausgemacht, weil wir ein paar Videos machen und denen geben. Mit wenig Geld kann man ein paar viele geile Sachen erleben. So geil, Alter. Einfach gutes Wetter, gutes Boot. Nice. Ich darf auch mal eine Runde fahren. Bestes Leben, Alter. So, Alter. Es ist sau kalt. Heute gehen wir eine Runde Klebenspringen. Es ist zwar sau kalt, aber für einmal springen reicht es. Auf jeden Fall. Wir haben einen Spot gefunden. Ich glaube, es hat ungefähr 11 Grad. So ziehen. Sau kalt aber geil. Jetzt geht es weiter. Für nur 8€ sind wir nach Gran Canaria weitergeflogen. Leute es kommt nicht immer auf die Qualität der Speisen an, sondern auf die Qualität des Moments. Und der ist hochqualität wie Buddele hier. Das sind richtig geile Bühne. Sahara am Schlüssel. Sahara mit Vibes hier. Einfach nur richtig geil. Hier, prob ich mal ein paar Bergflips runter. Heute wird ein Traum wahr. Ich wollte schon immer mal Jetski fahren und heute mache ich es ein. Mahi von Canaria Watersports hat mich einfach kostenlos zu einer Jetski Safari mitgenommen, wenn ich hier ein paar Videos drehe. So Leute, Premiere jetzt. Eine Runde Jetski fahren. Richtig vorgehalten. Alter, das ist so geil. Alter, das ist so geil. Alter! Wuhu! Mein Ziel, einmal das Gas komplett durchdrücken. Das ist so saumessig schnell, Alter. Wuhu! 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 Jetski fahren. Bestes Leben. Danke an Mahi für die geile Zeit. So Leute, jetzt geht's eine Runde Parasailing. Alter, wie geil ist das denn? Die Aussicht, unfassbar geil. Nach richtig vielen tollen Erlebnissen ging es dann wieder zurück nach Deutschland. Irgendwie wollen wir immer die neuesten Sachen. Neue Kamera, neues Handy und neue Klamotten. Aber dabei vergessen wir oft, dass man mit dem Geld eigentlich alles hätte erleben können. Und die schönsten Dinge sind meistens sogar kostenlos. Und weißt du, was noch kostenlos ist? Den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!